Tolles Angebot. Ich geh zu gut. Dann später vielleicht? Keine Chance, Mike. Telefon für dich. Verdammt, ich hätte echt nicht geglaubt, dass ich dich hier nochmal wieder treffen würde. Nach... Wie für ein Jahr? Sieben. Kann ich dir überhaupt vertrauen? Sein Haaren... Sag mal, hältst du mich eigentlich für total verblödet? Woher kennt ihr beiden euch eigentlich? Du brauchst dich nicht mehr verstellen. Du glaubst, dass ich mich verstelle, ja? Wie lange möchtest du eigentlich noch bei uns bleiben? Selbstverständlich! Dennis malt ein Bild, zack, zack! Und mein Katja ist eine geile Nacht und jetzt darf ich hier wohl auch mal holen. Wir bringen uns gegenseitig um.